Hallo liebe Jugendscholler Sänger und Sängerinnen, leider ist es wieder so weit. Wir durften diesmal nicht mehr im Fahrsaal proben, auch nicht im Probenraum, sondern nur noch online. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen für die Welt. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Sie wenden nicht zu lachen, sie tragen außen zwangeln, sie wiegen ihre kleine Hand in deine große Wand. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Sie spielen gern verstecken, wenn sie die Welt entdecken. Sie legen ihre kleine Hand in deine große Hand. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Wenn wir das mal gelernt haben, geht es weiter mit. Betreten ist verboten für Kinder und vier Pfoten. Die Wiese ist doch nur zum Gucken da. Betreten ist verboten für Kinder und vier Pfoten. Die Wiese ist doch nur zum Gucken da. Die Wiese sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für das Leben. Kinder sind ein Siegen, eine Hoffnung für die Welt. Hier war es schon kennengelernt von Aufwärterheld. Heute lernen wir die erste Strophe. Da geht es um die Mutlosen. Sagt zu den Mutlosen, fürchtet euch nicht. Gott selbst wird kommen als unser Licht. Ich sing es einmal vor. Sagt zu den Mutlosen, fürchtet euch nicht. Gott selbst wird kommen als unser Licht. Aufwärterheld. In der zweiten Strophe geht es um die Dunkelheit. in der Winterzeit, die Gott durchbricht. Alle die Finsternis, die uns so quält, er nimmt sie auf sich, er hat uns erwähnt. Und gleich noch mal. Alle die Finsternis, die uns so quält, er nimmt sie auf sich, er hat uns erwähnt. Auf ihre Hände, dein Licht ist da. Freu dich, er freu dich, denn Gott ist neu. Ich habe euch noch in einer Playlist weitere Lieder angehängt. Und zwar Nesaya, das haben wir in den letzten beiden Proben auch schon geprobt. Musik ist eine Brücke, das proben wir seit Juli schon immer wieder. Da habt ihr auch noch ein YouTube-Video. Und von Aufwärterheld, dein Licht ist da, ist ein Video dabei. Da könnt ihr einfach mal die Jugendschola-Lieder noch mal ein bisschen anschauen von letzter Zeit. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.